Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Quad-Building-Challenge, ihr könntet sehen, es geht um Andrea Basagli und zwar um seine Premium-SBC. Ja, um diese Woche wir uns heute kümmern, wieder mit dem Format, lohnt sich die SPC, ja oder nein? Bevor das ganze losgeht, das ganze Video, zerstört gerne wieder den Like-Button, 200 Likes, gebe ich wieder als Ziel raus, lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr generell an FIFA 19-SBCs interessiert seid und vor allen Dingen, wenn euch das Format gefällt. Ja, insofern steigen wir direkt rein, links davon seht ihr die UCL-Upgrades, die SPC ist heute auch noch rausgekommen, zwei Tage läuft diese SPC, da könnt ihr euch nachher noch auf einen Upload freuen, also heute wieder Doppel-Upload, also könnt ihr mal auf jeden Fall, nachdem dann Barcelona gegen Liverpool gespielt hat, könnt ihr auf jeden Fall mal auf dem Kanal vorbeischauen, da sollte auf jeden Fall spätestens dann ein Video zu den UCL-Upgrades vorhanden sein. Insofern, fangen wir jetzt erstmal an mit der Andrea Basagi-SBC, eine Premium-SBC rausgekommen, ich habe nicht damit gerechnet und ihr könnt es vielleicht schon im Titel sehen, und zwar wird das so ähnlich heißen wie, wieso überhaupt machen diese SPC, ja, lohnt sich diese SPC, das ist natürlich die große Frage. Ich habe eben schon ein bisschen reingeschaut, ja, und so wirklich positiv, was Positives konnte ich nicht wirklich finden. Insofern die Frage an euch, was sagt ihr zu dieser SPC, wenn ihr sagt, hey, das Ganze lohnt sich, schreibt mir gerne mit Begründung in die Kommentare, warum sich das Ganze lohnt, aber auch andersrum, wenn ihr sagt, hey, das Ganze lohnt sich gar nicht, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Für die, die neu sind, was ist das Format eigentlich, lohnt sich die SPC, ja oder nein? Kurz erklärt, wir gehen rein in die SPC, ich habe auch Lösungen für euch vorbereitet, das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das natürlich auch 1 zu 1 nachbauen. Wir schauen uns an, was kostet die SPC eigentlich, was gibt es für Packs zurück, was gibt es für eine Karte zurück, logischerweise. Und wir werden uns positive und negative Sachen zu Andrea Barsagli aufschreiben. So, insofern würde ich sagen, starten wir direkt rein, ich habe es schon vorgelesen, die Premium SPC ist da, 13 Tage ist diese SPC verbleibend, es gibt auch eine Leihkarte, wie wir recht sehen können, und das hier ist die wunderbare Karte, 90er Innenverteidiger, Andrea Barsagli. Ja, und die große Frage stellt sich halt, wie gesagt, lohnt sich die SPC, ja oder nein? Am Ende des Videos wollen wir hoffentlich gemeinsam ein Fazit ziehen, Ich werde auch das Ganze vergleichen, also die Barsagli-Karte mit eventuellen anderen Karten, aber dazu dann später mehr. Fangen wir erstmal an mit der Karte selbst, das ist, wie gesagt, diese 90er Innenverteidiger Barsagli-Karte und anfangen wollen wir mal mit der Spieler-Bio. So, also da sind wir, Größe 1,87, müssen wir auf jeden Fall auf die positive Seite schreiben. Ja, Größe 1,87 ist groß genug für den Innenverteidiger, perfekt, müssen wir also positiv anrechnen. Gering hoch sind da die Arbeitsraten, die gefallen mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Gering hoch, Arbeitsraten, also auch fett auf der positiven Seite. Ja, dann ist er Rechtsfuß, kann man nicht wirklich zuordnen. Der eine ist halt Rechtsfuß, der andere Linksfuß, 3 Sterne, 2 Sterne, reicht auch komplett aus für den Innenverteidiger, meiner Meinung nach. Ja, und dann geht es rein zu den Attributen. So, was haben wir da? Tempo, 83er Tempo mit einem Antritt von 74, Sprintgeschwindigkeit 89, also Sprintgeschwindigkeit, die ist da. Antritt wiederum bei 74, sehr, sehr niedrig. Ich weiß nicht, wie das Ingame, das Ganze dann aussieht, müsste man definitiv testen. Aber, ja, wirklich überzeugend ist es nicht. Zum Schuss muss man eigentlich nicht viel sagen, Elfmeter 79 ist okay, Schusskraft ist okay. Sonst kann er halt nicht schießen, braucht er das? Das ist die Frage an euch, kommt auch immer, wie ihr ihn spielt. Schießen auf jeden Fall kann er nicht. Passspiel ist dann der nächste Wert. Übersicht nur bei 70, ja. 74, kurzer Pass. Langer Pass 74, also Passspiel bei mir auf jeden Fall auf der negativen Seite. Weil Übersicht ist nicht vorhanden und der kurze Pass und der lange Pass überhaupt nicht. Und das für einen Innenverteidiger, der da mitspielt und öffnende Pässe rauchspielt. Auch die Mittelfeld, aus Mittelfeld nach vorne, in weiten Pass, mal in den Sturm, auf die Flügel. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Insofern fettes Minus bei mir beim Passspiel. Dribbling ist dann da mit einer Reaktion bei 83. Da wiederum muss man nur sagen, es ist eine okaye Reaktion. Denn 83 Reaktion, da gibt es so einige Innenverteidiger hier im Game, die das haben. Also insofern, es ist eine okaye Reaktion. Mehr aber dann auch nicht. Ruhe bei 92, sonst ist hier nichts, was man wirklich herausheben kann. Defensive und Physis fällt dann auf jeden Fall wieder positiv aus. Also das auf jeden Fall bei mir auf der positiven Seite. Abfangen bei 95. Gut, Kopfballpräzision nur bei 76. Brauche das. Er hat ja eine Sprungkraft, wie wir sehen können, von 99. Er ist auch noch groß. Braucht einen Innenverteidiger, Kopfballpräzision, vielleicht bei den Ecken jeweils, um dann die Tore zu machen. Okay, kann man vielleicht so argumentieren. Kann man aber im Campstyle auch noch ordentlich boosten. Manndeckung dann bei 99. Faire Zweikämpfe 95. 86 Grätschen. Das will man hier mehr. Sprungkraft dann bei 99, eben schon erwähnt. Ja, Stärke bei 99 auch. Auch mega geil. Aggressivität bei 80. Reicht für mich meiner Meinung nach auch aus. Aber dann sehen wir es. Ausdauer nur bei 64. Und das ist so, so schlecht, Leute. Das kommt bei mir auf jeden Fall fett auf die negative Seite. Klar, es gibt jetzt die Leute, die sagen, okay, Ausdauer bei 64 ist nur ein Innenverteidiger. Der verliert sowieso nicht so viel Ausdauer. Das reicht komplett aus. Trotzdem, es gibt schon schlechte Ausdauer. Aber dann sind die meistens bei 72 Ausdauer, 75 Ausdauer. Und da ist es für mich schon manchmal zu wenig. Also so 80 Ausdauer oder mehr. Das ist schon top für einen Innenverteidiger. Hier jetzt nur 64. Also das stört mich schon gewaltig. Ja, warum stört mich das? Ganz einfach. Denn diese SPC kostet 250.000 Münzen. Und das ist auf jeden Fall für mich heftig. 250.000 Münzen jetzt kurz vor dem Team of the Season. Lohnt sich das Ganze jetzt noch abzuschließen? Meine Meinung dazu ist wirklich negativ. Also, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr Positives an dieser SPC findet. Wenn ihr jetzt Juve-Fan seid, Serie A-Squad habt sowieso, ja. Okay, dann kann man vielleicht das ganze andere oder ihr seid Bersagli-Fan sogar. Da kann man das natürlich so argumentieren, dass man diese SPC natürlich so oder so abschließen will. Sehe ich komplett ein. Positiv muss man auch noch erwähnen, ist die Zeit. Das bei mir auf jeden Fall fällt auf der positiven Seite. 13 Tage vor Rhyme, also wir haben zwei Wochen Zeit. Heißt, wir haben auch Division Rivals Rewards oder 4 Champions Rewards, die wir halt dann nehmen können, um zum Beispiel Untradable Rival Rewards, um halt einen Andrea Bersagli abzuschließen. Das ist auf jeden Fall bei mir auch nochmal zu erwähnen. Also, wenn ihr ihn abschließt, bitte nicht sofort abschließen. Ja, macht es so schlau wie möglich, um so wenig Coins wie möglich auszugeben. So, warum sage ich jetzt aber, ich bin gegen diese SPC und ich möchte auch, dass ihr eure Coins ordentlich, ja, quasi in euer Team steckt. Andrea Bersagli, es gibt eine Leihkarte, ja, es ist ein 83er-Squad. Muss man es machen? Ich finde nicht. Ich finde auf jeden Fall nicht. 20 Spiele, okay, es sind 20 Spiele, trotzdem 250.000 für diese SPC. Ach, nee, Leute, warum nicht? Gehen wir zum nächsten Punkt und da kommen wir zu den SPCs. La Veggia, Signora und dann Gliassuri, die beiden SPCs. Wir sehen einmal ein 85er-Squad mit einem Juwespieler und zwei Team-Aus-Ruig-Spielern und auf der rechten Seite ebenfalls ein 85er-Squad, einen Italiener, mindestens mit am Start. Ja, und da kommen wir zum nächsten Punkt und zwar haben wir einmal auf der rechten Seite, die SPC kostet euch 110k, die linke Seite 140.000 Münzen. Also 250.000 für diese SPC. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, wie gesagt, die Packs. Auf der linken Seite bekommen wir ein 45k-Set zurück, auf der rechten Seite nur ein Megaset. Also insgesamt 80k an Packwert, 45k und 35k-Set. Leute, für mich ist das ein bisschen zu wenig. Wenn ich 250.000 Münzen für den SPC hinlege, warum kriege ich dann nur solche affigen Packs? Wenn wir dann nochmal zurückgehen und uns anschauen, wir kriegen eine 90er-Karte zurück. Und das bedenke ich auch immer mit. Man kann diese 90er-Karte, wenn man die SPC dann abschließt, ja noch in der SPC reinballern. Lohnt sich aber wiederum auch nicht, weil 90er-Karten stand jetzt 65k auf dem Transfermarktkosten. Heißt, wenn wir die Packs und die Karten berechnen, was wir zurückbekommen, kommen wir auf einen Wert von 145k. Ist eine Differenz von 105k zu der SPC, die dann noch vorhanden ist. Also geil, Leute, ist das definitiv nicht. Trotzdem, wenn ihr immer noch diese SPC abschließen wollt, gehen wir jetzt mal rein, bevor wir gleich zum Vergleich gehen, in die SPC und schauen uns die Squads an. So, das ist jetzt ein Squads, den ihr könntet 1 zu 1 nachbauen, wenn ihr Bock habt. Und wie gesagt, eben schon erwähnt, ein Juwel-Spieler muss mindestens am Start sein. Zwei Team-Octubi-Spieler mindestens. Team-Gesachwertung mindestens 1,85. Team-Chemie mindestens 80. Und die Anzahl der Spieler im Team sind 11. So, und wenn wir das durchgehen, fällt euch schon auf, wir haben einmal einen Team-Octubi-Spieler, Stürmer. Der kommt auf ein Einzel-Chemie-Random-84-Inform, kann hier rein. Ist komplett egal. Für mich ist jetzt hier ein Erstbesitzer. Dann geht es weiter mit, ja, primär Calcio-A-Spielern, beziehungsweise Serie-A-Spielern. Vorne Tadic, rechts, dann Kalejron, auch für mich schon im Verein. Klar, man kann das Ganze billiger machen, wenn man schon untradeable Team-Octubi-Spieler zum Beispiel im Verein hat. Den ein oder anderen Spieler, 83er, 84er oder 85er oder 86er im Verein. Wir gehen kurz mal durch. Wir haben einmal Funes Mori am Start. Wir haben Skrini am Start. Miranda, wir haben Diego Carlos, Alan, wir haben Lukas Leyva, wir haben Jose Kalejron, wir haben Perisic, wir haben Milinkovic-Savic mit einem Tadic, der übrigens momentan auch roundabout 20k kostet. Also diese 86er-Karte bestimmt einer der billigsten. Manzukic dann bei 84 vom Rating her. So, also das ist der Squad und das ist der Juve-Spieler Manzukic. Und wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, könnt ihr gerne machen, müsst ihr aber nicht. Gli Asuri, dann der nächste Squad, 85er-Squad, diesmal ohne Team-Octubi-Spieler. Ein Italiener muss aber am Start sein. Und das für mich Balotelli, sonst 80 Team-Schemie. Wir haben 81, könnt ihr auch das 1 zu 1 nachbauen. Also fangen wir an, was müssen wir hier abgeben? Sergio Ascensio einmal. Dann haben wir Laporte, Piquet, Jiménez, wir haben Saul, wir haben Trovan, Ilaramendi, Reverie, Payet, Müller und Balotelli. Also das ist der Squad, den ihr auch hier nachbauen könnt. Nur einen Megapack bekommen wir. Wie gesagt, da bin ich an sich sehr enttäuscht. Und sonst gehen wir jetzt mal rein zu den Innenverteidigern und schauen uns einfach mal an. Ja, was gibt es denn da eigentlich für Alternativen zu einem Balotelli? Und werde das Ganze jetzt nochmal untermauern, warum ich finde, dass diese SPC sich nicht lohnt. Preist sich zum Beispiel diese Virgil van Dijk SPC, ja? Er ist ja Award-Winner gewesen. Die ist preist sich top, ja? Eine Million Münzen müsst ihr für van Dijk hinlegen. Und das ist eine, wenn nicht sogar die beste Innenverteidiger-Karte überhaupt. Klar, dann gibt es auch die Totz-Karten, die habe ich in meinem Squad drin. Es gibt die Ikonen. Und da kommen wir übrigens hier mal zu einem Bobby Moore, ja? Da gibt es übrigens auch eine SPC dazu draußen. Und guckt euch das mal an. Der hat, Def on Physis, auch geil. Klar, der hat nicht das geilste Tempo. Der hat aber einen ordentlichen Pass. Der hat eine ordentliche Reaktion. Und die SPC kostet auch, was kostet die SPC? Irgendwas zwischen 400.000 und 500.000 Münzen. Da bekommt ihr doch ein 100k-Set wieder. Es ist eine der billigsten High-Rated-Ikonen, die ihr abschließen könnt. Also wenn ihr einen geilen Innenverteidiger sucht, könnt ihr auch gerne auf diese SPC gehen. Schaut euch die auf jeden Fall dann mal an. Sonst, van Dijk, falls ihr schon einen van Dijk habt als Innenverteidiger. Der hat ja so viele Special-Karten, beziehungsweise im Verein untradable habt. Geht gerne mit einem van Dijk, versucht die mal aus. Ja, und sonst seht ihr hier, wir haben einige, einige Möglichkeiten. Koulibaly ist zum Beispiel einer. Ja, der hat auch nur 75 Ausdauer. Sonst hat er aber auch geile Werte, geile Stats. Und dann kommen wir hier zu den 91ern. Und was mir hier direkt einfällt, ist ein Keleni-Team-Octowic zum Beispiel. Ist das der Team-Octowic? Jawohl, so sieht's aus. Also auch der zum Beispiel mit der schlechten Ausdauer, mit einer geilen Def, mit einer geilen Physis. Reaktion auch nur bei 83. Identisch, also mehr Sprintgeschwindigkeit als Antritt. Mit also ähnlichen Karten, auch er hat 0 Passspiel. Was kostet der eigentlich auf dem Transfermarkt? Und da schauen wir direkt mal nach. Also auch er 200.000 Münzen. Versucht gerne mal Keleni aus, ja. Schaut, ob man mit dem klarkommt. Ist eine tradable Karte, 180k kostet die gerade auch im Transfermarkt. Checkt ihn gerne mal ab, wenn ihr darauf Bock habt, wie gesagt. Und ja, also für mich, wie gesagt, gibt's sehr, sehr viele Innenverteidiger-Alternativen. Selbst ich hab jetzt den Verein. Ja gut, wen hab ich im Verein? Ist jetzt für einen SPC-Account auch nicht wirklich was. Aber jetzt so ein LW, die Innenform zum Beispiel. Der hat eine 79er-Reaktion. Also weiß ich nicht. Ich kann ja jetzt wirklich nicht viel abgewinnen von einem Basagli. Naldo zum Beispiel. Ebenfalls einer. Der hat nicht viel Tempo. Der hat nicht viel Ausdauer. Reaktion bei 85 auch ähnlich, ja. Er kann nicht wirklich viel passen. Das ist halt so dieses, okay, was will ich von einem Innenverteidiger? David Lewis ist schon der SPC rausgekommen. Wenn ihr die habt, ich sehe einfach dann keinen Grund für euch, warum ihr diese Andrea Basagli-SPC abschließen solltet. Also da fehlt mir wirklich, ja, jede Überzeugungskraft. Und dann sag ich lieber, wartet ein bisschen noch ab. Behaltet eure Coins fürs Team of the Season. Und ja, hier jetzt, wie gesagt, diese Basagli-SPC-Karte. Premium-SPC. Wenn ihr Juve-Fan seid, wenn ihr Italien-Fan seid, Serie A-Fan seid, schließt diese SPC gerne ab. Es sind 250.000 Münzen, die ihr am Ende des Tages da ausgegeben habt. Ja, die könnt ihr für keine SPC hinlegen. Rio Ferdinand zum Beispiel ist auch momentan am Start. Was kostet diese Karte eigentlich noch? Da bin ich mal gespannt. Also guckt euch das mal an. 700k kostet diese Karte und die ist mal richtig geil. Also, ich habe keine Ahnung, was ich dazu, was ich, ich halte einfach von dieser SPC nicht. Ich weiß nicht, was damit anfangen soll. Diese SPC ist für mich einfach so eine SPC, wo ich hier sitze und mich frage, wieso sollte ich diese SPC überhaupt machen? Klar, ihr könnt jetzt gerne hingehen und sagen, okay, für die nächsten zwei Wochen, wenn ich die Rival Rewards mir abhole, schließe ich diese SPC ganz entspannt ab. Macht die zwei 85er-Squads, hol mir eine 90er-Karte. Auf der anderen Seite 90er-Karten kostet 65k. Also, sagt mir gerne in euren Kommentaren, warum schließt ihr diese SPC ab? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr negativ eingerichtet zu dieser SPC und mir fällt schwer, was Positives daraus zu ziehen. Insofern soll es das jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und vielleicht sogar überzeugen, dass ihr diese SPC nicht abschließt. Und, ja, in dem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, zerstört den Like-Button und seid danach auch wieder mit am Start. Wenn es heißt, UCL Upgrades, mich würde es freuen, wenn wir uns da wiedersehen bei dem fetten Pack-Opening. In dem Sinne, bis gleich, euer Flo von ArchieGaming und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute! Bis zum nächsten Mal.